Die Stromnetze Europas sind miteinander verbunden und werden synchron mit 50 Hertz betrieben. Das ist die Währung für die sichere Stromversorgung. Die Frequenz sollte nicht mehr als 200 Milliherz abweichen, um einen Stromausfall zu verhindern. Am 8. Jänner 2021 um 14.04 Uhr wird diese Grenze deutlich überschritten. Ein hoher Stromfluss von Süden nach Norden führt zur Überlastung eines Anlagenteils in einem kroatischen Umspannwerk. Innerhalb von Sekunden fallen daraufhin in mehreren Ländern Südosteuropas nacheinander 14 Leitungen und andere Netzelemente aus. Europa zerfällt in zwei Teile. Das führt dazu, dass im Süden zu viel Strom im Netz ist. Die Frequenz steigt um bis zu 600 Milliherz. Im Norden gibt es gleichzeitig zu wenig Strom. Die Frequenz fällt um bis zu 260 Milliherz. In den Kontrollzentren aller europäischen Netzbetreiber wird die Störung in Echtzeit erkannt. Automatische Schutzmechanismen werden aktiviert. Zusätzlich müssen die System Operators manuelle Maßnahmen ergreifen, um ein Blackout zu verhindern. Um 15.08 Uhr beträgt die Frequenz in ganz Europa wieder einheitliche 50 Hertz. Normalbetrieb sicher. Europa braucht Strom. Sicher und erneuerbar. Dafür benötigen wir leistungsstarke Netze, flexible, nachhaltige Speicher- und Erzeugungskapazitäten, Nutzung von Flexibilitätsoptionen.